Durch Klick auf das Programmsymbol wird das englischsprachige Programm Choregraph geöffnet und wir sehen den typischen Bildschirmaufbau mit den Programmmenüs, den Werkzeugen und den Fenstern. Alles in englischer Sprache. Im oberen Bereich sieht man die Menüleiste, direkt darunter die Werkzeugleiste sowie diverse Fenster. Die Projektverwaltung, englisch Project Content, wo die Bestandteile eines Projekts angezeigt werden. Die Boxensammlung, englisch Box Library, in der vorgefertigte Programmboxen enthalten sind. Die Hauptarbeitsfläche, englisch Flow Diagram Panel, wo unsere Programme entwickelt werden. Die Posensammlung mit dem Videomonitor. Die verschiedenen Roboteranwendungen, Robot Applications und den Roboter selbst, Robot View. Einige dieser Fenster können nur dann benutzt werden, wenn eine Verbindung zu einem echten Now Roboter besteht. Der Videomonitor zum Beispiel zeigt, was der Roboter sieht und die Roboteranwendungen sind nur auf einem echten Roboter sichtbar. Geht einmal zur Boxensammlung, also zu der Box Library. Dort gibt es einen Reiter Search. Tippt dann einmal Say ein und ihr werdet alle Programmboxen finden, die etwas mit Say zu tun haben. Das war ein und ihr werdet alle Programme. Herr Eier hat sich, was der